Das Innovationsfestival am 5. September 2020 in Essen will die kreativen Köpfe zusammenbringen, will sie einbinden in eine fruchtbare Konferenz, in der die großen Zukunftsthemen unserer Zeit besprochen werden und will sie aber auch zusammenbringen im Rahmen des Innovationsballs, um eher informell auch den Austausch zwischen den Innovatoren in den mittleren und großen Unternehmen in der Wissenschaft mit denen in den Start-ups zu verbinden, einen wirklich engen Austausch herbeizuführen zwischen den verschiedenen Köpfen unserer Innovationsszene für eine gute Zukunft. Vielen Dank!